Hey, hau! Hier ist Rania und heute mal, weil einige irgendwann mal gefragt hatten vor gefühlt zehn Jahren und ich habe auch seit gefühlt zehn Jahren keine Videos mehr hochgeladen habe, also passt das, ja, zeige ich euch mein Aufnehmen-Setup. Das heutige Video ist übrigens leider am Handy aufgenommen. Es tut mir leid, ich kann schlecht mit meinem Setup, meinem Setup filmen, deswegen ist die Kameraqualität... Ich weiß nicht, Handykameras sind gar nicht so schlecht, das Problem ist, glaube ich, mehr an meiner Kameraführung. Also wenn es sehr wackelt, es tut mir leid, ihr habt das Setup schon mal gesehen in meiner Roomtour, die kann ich euch hier oben verlinken, die ist aber ein bisschen outdated, das war, ich glaube, Weihnachten letzten Jahres, als ich die hochgeladen habe und da war noch ein bisschen weniger gemacht, jetzt sieht alles ein bisschen cleaner aus, aber genau, ich zeige euch einmal, Momentchen, einmal erstmal, hier ist mein prächtiges, prächtiges Setup. Ich habe gestern stundenlang an meiner Kabelverlegung gearbeitet und möchte nur mal darauf hinweisen, dass ihr es mit einem wahren Profi zu tun habt. Seht ihr das? Seht ihr das? Das sind Kabelleisten. Steckdosis auch unter dem Tisch. Clever, ha? Deswegen kommen keine Kabel, also eins, weil das blöde Adapterteil zu schwer war und das nicht hält, aber ansonsten kommen kaum Kabel unten an und falls ihr euch weiterhin fragt, oh ja, warum ist dein Mauspelz so gedreht? Was soll denn das? Ich habe das gestern in die Waschmaschine gesteckt. Hat nicht so gut funktioniert. Naja, genug geredet. Wir fangen an. Erstmal, was ihr offensichtlich seht, sind zwei Softboxen, ein Ringlight. Das hier ist meine wunderbare Kamera. Das ist die irgendwas C20 von Logitech. Da gehört noch irgendwas anderes dazu. Ich verlinke euch alles in der Infobox, falls euch das interessieren sollte. Und falls ihr euch denkt, Mensch, ich brauche neue Technik, dann helfe ich euch gern. Ja, also, hier ist mein Mikrofon und wie gesagt, das ist alles verlinkt. Das habe ich jetzt schon eine Weile. Ich hatte ganz am Anfang noch so ein anderes, aber das kennt ihr ja, das ist immer mal in den Videos irgendwie an der Seite zu sehen, weil das schlecht rausgeht. Ich möchte nur mal anmerken, wie unpraktisch das ist, wenn man sitzt und man hat das Mikrofon so ausgeklappt, weil man dann auf den linken Monitor kaum schauen kann und nur auf den rechten. Okay. Jedenfalls zu dem Mikrofon, weil das halt so ein XLA-Ding ist, brauche ich dieses wunderhübsche Audio-Interface. Die Dinger sehen günstig aus, aber sind sie gar nicht. Das war schweineteuer. Und mein Bruder war so, hey, hol dir ein XLA-Mikrofon. Die sind soundqualitativ viel besser und das ist auch gar nicht so viel teurer als das USB-Ding, habe ich mir gedacht. Stimmt gar nicht, weil du brauchst das Interface. Naja, dann habe ich zwei Monitöre. Einmal einen ganz normalen, der hat ein bisschen hübschere Farben und der hier ist 144 Hertz. Das heißt, an dem hier spiele ich meistens. Vor allem, wenn ich sowas wie CS oder so spiele, dann Refresh Rate und der ist halt hübscher und hat besseren Ton, aber für Ton habe ich meine Trusty Box. Und genau. Ich habe leider die Tastatur ohne Farbwechsel, weil ich cheap war und gedacht habe, hey Ronja, mach einfach alles grün. Das ist eine gute Idee. Nee, es war keine gute Idee. Ähnlicher Grund, die Maus ist dann RGB tatsächlich, aber die habe ich gewonnen. Ähnlicher Grund, hier in meinem PC. Ihr denkt, Mensch, das ist ja hübsch, das ist ja auch sehr bunt. Seht ihr die Lüfter da oben und den da unten? Die sind rot. Wisst ihr warum? Weil ich mir gedacht habe, ich mache meinen PC einfach komplett rot. Ich hatte damals auch noch ein rotes Mainboard und meine Grafikkarte habe ich einfach auf rot eingestellt. Das geht auch. Aber, naja, habe ich nicht gemacht. Falls ihr euch fragt, was hier drin ist. Ich bin natürlich Experte im Computerbau. Ich habe das Ding selber gebaut. Möglicherweise mit Hilfe von meinem Mitbewohner und Bruder. Aber mehr oder weniger selber. Es ist nicht so schwer. Das ist ein Ryzen 3700X. Das ist eine 1060 mit 6 GB. Das andere sind Lüfter. Das Mainboard ist eins von den neuen mit diesem 570X, damit man möglicherweise die Grafikkarte upgraden kann. Und ansonsten ist da noch eine SSD drin und eine HDD, ungefähr 4 TB oder sowas für die ganzen Videos, weil man braucht ja auch Platz. Und die SSD ist für meine Spiele. Und, genau, ich habe RAM. Ich habe fancy RAM. Ich habe, okay, der ist nicht fancy. Er sieht nicht fancy aus. Aber ich habe so Corsair RAM. Also den Standard-Dings. Aber ich habe 3200 GHz. Das heißt, ich nutze das Potenzial meines Ryzens von und ganz aus. Ihr seht, ich bin ein Profi. Da drauf ist mein Ersatz-Tastatur-Ding, weil, wie ihr vielleicht hört, klackt die. Extrem laut. Und wenn man Videos aufnimmt, die Tastatur ist näher am Mikrofon als ich. Also, nicht viel, aber ein bisschen. Und falls ihr nicht die ganze Zeit lautes Klacken hören wollt, was ich mir gedacht habe, haben wir hier diese Ersatz-Tastatur. Die ist furchtbar zum Spielen. Die ist absolut schrecklich zum Spielen. Die irgendwie, die Tastenabstände sind ein bisschen anders. Ich komme irgendwie mit Steuerung und Shift nicht ganz klar. Grauenhaftes Ding zum Spielen. Aber zum Aufnehmen ist es wirklich praktisch. Und die hat mein Mitbewohner mir nicht gesponsert. Aber naja, das war seine. Jetzt habe ich sie geklaut. Dann möchte ich nur mal hier aufmerksam machen, auf mein wunderhübsches Kabelmanagement weiterhin. Hier habe ich noch eine zweite Steckdose. Der weiße Stecker für Mindestor-Steckdose unter dem Tisch. Hier ist mein Headset. Das habe ich auch geschenkt. Äh, nicht geschenkt, aber gewonnen. Ich gewinne so viel Kram. Die sind sogar von der gleichen Marke. Das ist so ein Steel-Series-Ding. Das war sogar halb... Also, ich habe mal nachgeguckt, als ich das gewonnen habe. Das ist halbwegs teuer. Das kostet 300 Mäuse oder sowas. Aber ich bin relativ lucky, was so gewisse Gewinnspieler angeht. A.k.a. das Bällebad, was es immer auf der Gamescom gibt. Und da habe ich auf der Dreamhack, habe ich das Ding... Also, da habe ich die Maus gewonnen. Was super gut war, weil meine alte Maus legit einen Tag vor der Dreamhack kaputt gegangen ist. Und ich dann die gewonnen habe. Und ich war so, hey, voll gut. Die ist ganz nice. Ich weiß nicht, ist eine Maus. Sie leuchtet. Es funktioniert. Kann ich empfehlen. Ist eine Steel-Series. Und das Headset ist auch richtig gut. Weil mein Headset war zwar nicht kaputt, aber hat gedrückt in den Ohr und war nicht so gemütlich. Und das hier ist äußerst komfortabel und ich kann mich nicht beklagen. Das weiße hier drin ist mein Grafiktablet, aber das ist gerade nicht rausgeräumt bei Ordnung. Und ich wollte das Ganze hier clean halten. Und hier drin ist die Wife. Die war letztes Mal auch immer ausgepackt. Aber ich habe gedacht, für Ordnung haben wir die hier drin. Das geht halbwegs schnell anzuschließen. Das sind drei Stecker. Deswegen ist das nicht wirklich das Problem. Die Dongle sind hier oben. Da seht ihr jetzt auch meine Verputzungsarbeit. Ich habe diese Kabelbinder, die ich gekauft habe, in ungefähr 100 Stückmengen, überall verballert. Und es sieht wunderhübsch aus. Dann haben wir hier noch einen Drucker. Der kann beidseitig drucken. Und der hat ein Display. Ich meine, was will man mehr von einem Drucker? Und der funktioniert gut mit meinem Computer, aber nicht gut mit dem Computer von meinem Mitbewohnern. Aber auch einwandfrei vom Handy aus. Deswegen liegt das an mir? Ne, deswegen weiß ich nicht. Liegt das an ihm? Liegt das an meinem Drucker? Keine Ahnung. Aber der drückt immer von meinem PC aus. Und was wir weiterhin haben, was zwar technisch gesehen nicht unbedingt mit zum Setup gehört, aber ich habe einen hübschen Stuhl. Genau, manchmal haben Leute gefragt, als ich gestreamt habe, dies hier ist ein Secret Lab Titan. Der sieht noch ordentlich aus, denkt ihr. Aber das stimmt nicht, weil die Katzen haben ihr Unwesen an dem Ding getrieben und sind da hochgeklettert. Aber dadurch, dass der schwarze, sieht man das Gott sei Dank nicht so sehr. Und die kratzen gerne an diesem Fake-Carbon und das hinterlässt nicht wirklich Spuren. Irgendwie sind die gerade wild. Die haben so einen Knisterball gefunden. Und seitdem gehen die richtig ab. Also vor allem die Kleine. Hört ihr das knistern? Da. Den haben wir zum Einzug gekauft. Also nicht zum Einzug von uns, sondern zum Einzug von den Katzen. Und Katzen. Und das ist, keine Ahnung, das ist richtig zermanscht. Und ich habe neulich aufgeräumt und so richtig mit Sofa vorziehen und dahinter sauber machen. Hallo. Und dann haben die den irgendwie wieder vorgefischt und seitdem jagen die damit durch die Wohnung. Wie verrückt. Okay. Das war so ziemlich das gesamte Ding. Ach so, das Mauspad habe ich auch gesponsert gekriegt. Also, das ist von Speedlink. Kann ich sehr empfehlen. Ist voll groß und so. Ich habe, ich wurde gefragt, was für einen willst du? Wer haben die Kleinen und die Großen? Und ich war so, ich will ein großes bitte. Und das ist mega nice. Also wenn man einmal so ein Riesenmauspad hat, dann gewöhnt man sich das voll an, auf dem Riesenmauspad zu hantieren. Und also jetzt ist es halt verdreht. Aber ich habe das auch schon seit zwei Jahren. Also, ich habe das schon mal gewaschen, als es nicht passiert. Ich glaube, man muss das einfach ein bisschen lassen und ein bisschen Gewicht draufstellen. Dann passt das. Ich stelle vielleicht gleich die Box drauf, aber ich wollte das Video vorher noch filmen. Und genau, das ist das gesamte Setup. Es sieht sehr viel fancier aus, wenn die Lampen auch an sind und man da sitzt und es leuchtet und dies, das. Aber ich bin sehr zufrieden. Es tut seinen Job. Und Katze, bitte. Fünf Minuten Ruhe. Bitte, bitte. Äh, genau. Dann sehen wir uns nächstes Mal. Macht's gut. Ciao. Dann sehen wir uns nächstes Mal. Untertitelung des ZDF, 2020